Oha! Noch mal! Oh Mann! Das gibt's doch gar nicht! Mann! Gut, Salih. Klasse. Klasse gemacht. Gut, Salih! Wir sind jetzt gleich gespielt. Ganz gut eigentlich, ne? Bis jetzt, oder? Find ich. Tor! Ja! Schönes Ding, Marc! Geht doch! Axel kommt auch schön, richtig. Oh, das kommt frei, Alter. Voll reingehämmert. Also soll man nicht da stehen, dass den Axel da vorne... Ja. Leute! Nein, nein, nein! Nein! Oh Mann! Nein, nein! Nein, nein! Ja! Ja, nein! Hey! 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 Der muss ja mitliegen, der muss ja echt schnell spielen. Gut Leute, gut! Hingehen! Alter Schwede sind da los ey. Oh, das kann man auch nicht angehen ey. Oh, fuck ey. Was ist das denn für ein Schwachen? Das ist ja wirklich der Hammer ey. Oh, was für eine geile Aktion ey, super klasse. Oh mein Gott, wie viel. Oh, klasse ey, klasse! Mann, so ein scheiß Geschenk da. Der ist die halbe Bundesliga leer. Los auf die Nase doch, ey! Das gibt's doch nicht! Der Axel Löwe. Der Axel Löwe. Ja. Das ist rot. Das ist rot. Wenn er in der Hand genommen hat, ist das eine rote Karte. Auf der Linie klär, wenn er in der Hand ist das rot. Der war nicht auf der Linie. Natürlich. Aber der Ball wäre drin gewesen. Das ist eine klare rote Karte. Wenn er in der Hand war, dann ist das rot. Ah, schade! Aber nur die rote Karte. Oh Mann, Leute, das ist doch ein Arsch da. Doch! Das ist Claudio, sehr gut! Es war einfach da! Raus und weg! Ja, ja, ja! Das wird getroffen. Ja. Wir können das einfach spielen. Spiel einfach! Schönes Ding. Guter Ball. Guter Ball. Steht am Leben. Nee, ist dran. Komm! Oh! Gut, Salih! Komm, da geht noch einer heute! Der dürfte jetzt stehen bleiben! Oh, gut, Salih, komm! Oh! Schade, Nobby! Ja. Ja! 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 Schönes Ding, Salih! Geh doch da! Mit Ansage da! Klasse! Und weiter geh ich! Und konzentrieren wieder! Richtig, Yannick! Schönes Ding, Yannick! Ja! Ja! Komm vom Gegner! Ja! 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 Die langen Bälle da! Ja! 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 Das ist doch Scheiße! Ja! 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 Das darf nicht passieren da! Ja! 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 Ceil! Nyea Mann! Kein Absatz, keinen Abseits! Schade, 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 schade. Schade, 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 schade. Der kommt nicht mehr, der kommt nicht mehr hinter dir! Ja! 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 Astreiner! Jannik, Jannik! Nichts mehr zulassen, jetzt da! Ja! Drei Punkte abgenommen. Oh, schön mit 10, Mann. Cool. War ein schönes Spiel. Ja, war schon. Alles klar, danke. Das war nicht schlecht, Frau Sprech. Gut. Gut, gut. Danke.